So Leute, Bitcoin hatte einen Pullback und genau deshalb fragen mich momentan super viele Leute, ob der Bullrun jetzt komplett vorbei ist und genau aus diesem Grund werden wir das gleich besprechen. Ich zeige euch ein paar verschiedene Charts und gebe euch Updates über die, über die wir uns in der Vergangenheit unterhalten haben, denn es passieren momentan ein paar ziemlich wichtige Sachen, geopolitisch vor allem, die natürlich auch einen Effekt auf Bitcoin haben und was dazu beigetragen hat, dass Bitcoin einen Pullback hat. Vor allem sprechen wir allerdings auch noch darüber, warum das eigentlich gar nicht mal so wirklich wichtig langfristig ist, denn am Ende des Tages gibt es nur eine einzige Sache, alle Wege führen zum gleichen Ziel und im heutigen Video zeige ich euch ganz genau, was das ist. Und damit willkommen zurück meine Freunde, mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke und dann lasst uns auch direkt mal loslegen. Aber erstmal will ich euch das hier zeigen, wir haben ein absolutes Blutbad am Kryptomarkt. Die meisten Altcoins sind 10% nach unten gegangen, Bitcoin ist auch ziemlich krass nach unten gegangen, also es ist einfach mal wieder einer der Tage, wo man einen Pullback für den gesamten Kryptomarkt hat. Ja okay, klar, es gibt den einen oder anderen Coin, der mittlerweile grün ist, aber so insgesamt kann man meiner Meinung nach ganz klar und eindeutig sehen, dass wir rot sind. Jetzt lasst uns allerdings mal hierüber sprechen. Nachdem wir relativ lange seitwärts gelaufen sind innerhalb dieser Range, sind wir jetzt mittlerweile nach unten durchgebrochen und zwar durch die Orangenlinie bei 68.500 Dollar. Mittlerweile sind wir bei ungefähr 66.500 Dollar. Das erste, was wir jetzt beachten müssen ist, dadurch, dass wir durch diese Orangenlinie durchgebrochen sind, das macht diese Range jetzt für uns interessant, also die Range zwischen 63.500 und 68.500. Das ist jetzt die Range, in der Bitcoin meiner Meinung nach zumindest erst einmal konsolidieren kann. Solange wir keinen ziemlich schnellen großen Pump wieder zurück über dieses Level sehen, dann ist das hier auf jeden Fall erst einmal der nächste Bereich, den man im Auge behalten sollte. Was das jetzt auch noch bedeutet ist, dass meine Trading Strategien, wie ihr wisst, die traden ja von 68.500 bis zu höheren Preisen. Jetzt, wo der Kurs wieder unter diesem Preis liegt, machen meine Trading Strategien nichts mehr. Die sind momentan einfach nicht am traden. Ich werde allerdings gleich nochmal auf die Trading Strategien zurückkommen. Im Moment ist allerdings das, was ich mache. Ich beobachte das, solange es keinen größeren Pump über dieses Level gibt, damit wir es schaffen, über diesen Bereich zu kommen und das zurück zu erobern, erwarte ich, dass wir zwischen 63.500 und 68.500 konsolidieren. Insgesamt bin ich allerdings immer noch bullish auf Bitcoin. Klar, kurzfristig kann alles passieren, aber mittelfristig, langfristig bin ich super bullish. Wenn überhaupt, dann sehe ich das als eine richtig gute Kaufgelegenheit. Und ihr dürft nicht vergessen, es ist gerade mal ein paar Tage her. Ja, nicht lange. Am 20. März, als wir bei 61.500 gewesen sind. Wir sind also erst kürzlich an diesem Preispunkt gewesen. Und nach diesem Punkt haben wir einen richtig schönen Pump bis auf 62.000 Dollar gehabt. Also nochmal, für jeden, der damals beim vorigen Pullback gekauft hat, ihr konntet auf diesem ganzen Weg nach oben richtig schöne Gewinne machen, indem ihr das Ganze mit nach oben mitgenommen habt. Also, was mich anbelangt, ja, für mich ist das alles noch absolut in Ordnung. Ich verkaufe keine Bitcoin und ich glaube auch immer noch, dass wir in einem Bullenmarkt sind. Jetzt kommt allerdings die Frage auf, warum wir überhaupt den Pullback sehen. Und da gibt es mehrere Gründe. Der erste Grund ist, dass die traditionellen Märkte tatsächlich einen Pullback gehabt haben. Es gab nämlich einige Unsicherheiten, die momentan im Nahen Osten passieren und das hat dann gewisse rote Kerzen verursacht. Also, ja, ganz klar, die traditionellen Märkte hatten einen relativ starken Pullback, was auch einen Effekt auf Bitcoin gehabt hat. Und abgesehen davon gibt es diese Woche noch, oder heute sogar, ein paar richtig wichtige Daten. Zum einen haben wir nämlich Jerome Powell. Und was er ja in der Vergangenheit gesagt hat, war, dass wenn die eine unerwartete Schwäche am Arbeitsmarkt sehen, das könnte auf jeden Fall eine politische Reaktion nach sich ziehen. In dieser Woche werden also ganz, ganz viele Arbeitsmarktdaten veröffentlicht werden, was mit Sicherheit auch eine Auswirkung auf die Märkte haben wird. Lasst uns also mal abwarten, wie der Markt auf die kommenden Daten reagieren werden. Und abgesehen davon, wenn man sich auch noch einmal den Wochenchart anschaut, wie ihr wisst, wir haben ja die ganze Zeit über eine separate Fraktale gesprochen, die ein sehr, sehr ähnliches Muster aufzeigt, wie das, was wir damals im Jahr 2020 gesehen haben. Oder was, 2021? Doch, 2021. Und da hatten wir zwei rote Kerzen. Dann, die nächste Kerze wäre eine etwas, ja, unentschlossene Kerze, aber nach der vierten Kerze, also im Großen und Ganzen erst zwei rote Kerzen, eine grüne Kerze. Nach der grünen Kerze sehen wir, oder haben wir damals zumindest, wenn die Fraktale sich ausspielen sollte, einen massiven Pump da oben gesehen. Jetzt lasst uns allerdings mal schauen, wie die Kerzen momentan aussehen. Also, natürlich dürft ihr nicht vergessen, dass wir immer noch einige Tage Zeit haben, für diese Wochenkerze zum Schließen. Aber jetzt hatten wir zwei rote Kerzen, eine grüne Kerze. Aber jetzt schaut mal, die rote Kerze in dieser Woche geht momentan nach unten. Klar, ist ja auch eine rote Kerze, aber wenn die frühere Fraktale sich ausspielen sollte, genauso wie in der Vergangenheit, dann müssen wir sehen, dass diese Kerze wieder nach oben geht und, ja, dass wir halt, vielleicht nicht ganz so krass wie die anderen, aber dass wir trotzdem mal eben eine grüne Kerze oben haben. Und wie sieht es mit dieser orangenen Linie aus? Die orangenen Linie ist das alte Allzeithoch, der Widerstand vom alten Allzeithoch. Und was ich euch hier auch noch einmal zeigen möchte, ist, dass selbst damals, als wir es geschafft haben, da rüber zu kommen, oder zumindest als wir in die Nähe gekommen sind, das Alte war ja bei 20.000 Dollar, dann hatten wir einen Bärenmarkt. Und als wir dann das nächste Mal zu diesem Level hingekommen sind, hatten wir vier Kerzen. Und bei der fünften Kerze haben wir einen massiven Pump nach oben gesehen. Also vier Kerzen, die versucht haben, durchzubrechen. Und dann mit der fünften Kerze sind wir nach oben hier auch. Schaut mal, wir haben mittlerweile vier Kerzen, die versucht haben, durch diese Linie, also das alte Allzeithoch zu durchbrechen, kann man ganz gut sehen. Und diese rote Kerze, wie ich bereits gesagt habe, es gibt noch einige Tage Zeit innerhalb dieser Woche, damit, ja eigentlich fast die komplette Woche, und wir haben auf jeden Fall noch genug Zeit, damit wir wieder nach oben gehen können, dass wir es schaffen, eine grüne Kerze zu machen. Aber trotzdem, definitiv ist mit dieser Kerze eine Entscheidungszeit gekommen. Wenn die Fraktale sich ausspielen sollte, dann ist das jetzt genau die Woche, in der wir sehen müssen, dass die Kerze nach oben pappt und grün wird. Lasst uns das Ganze also auf jeden Fall weiter im Auge behalten. Dann eine andere Sache ist, dass Gold wirklich eine fantastische Zeit da lehnt. Gold ist auf einem Allzeithoch und das ist gut, weil ich denke, ein Großteil des Geldes, das sich momentan auf den Goldmärkten befindet, wird zu guter Letzt früher oder später auch in Bitcoin fließen. Das ist also schon mal eine gute Sache. Alles spricht meiner Meinung nach immer noch dafür, dass Bitcoin, ja, weitere Pumps nach oben haben wird. Trotzdem, wir dürfen nicht vergessen, dass das Halving in ungefähr drei Wochen ist. Und natürlich einige Leute, die einen Halving-Trade gemacht haben, das bedeutet, die haben Bitcoin gekauft und dann wollten die vor dem Halving, irgendwie da verkaufen. Es gab tatsächlich ganz, ganz viele Leute, die diesen Trade gemacht haben. Das könnte natürlich auch einige kurzfristige Effekte auf den Bitcoin-Preis nach unten haben. Aber ihr dürft nicht vergessen, das Halving ist ein langfristiges Spiel. Das hat einen langfristigen Effekt. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir kurzfristig einen Megapump nach oben haben werden, obwohl natürlich nach dem Halving sehen wir typischerweise höhere Preise, einfach aufgrund des Optimismus und allem. Aber vielleicht wird es in diesem Zyklus etwas anders sein. Da habe ich auch schon ganz, ganz lange drüber gesprochen, als ich über meine gesamte Strategie gesprochen habe. Macht euch auf jeden Fall auf Volatilität in der Nähe des Halvings gefasst, weil es einfach eine ganze Menge Leute gibt, die eine ganze Menge Strategien gemacht haben und ganz, ganz viele Trades alleine in Bezug auf das Halving. Einige davon werden offensichtlich Profite mitnehmen, obwohl wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, dass mit Sicherheit viele Leute diesen Verkaufsdruck auffangen werden. Aber trotzdem, macht euch auf gewisse Volatilität gefasst, langfristig und mittelfristig bin ich so oder so bullisch. Dann, was die Inflows angeht, kann man sehen, dass wir 85 Millionen Dollar an Outflows gehabt haben gestern. Wir hatten also einen weiteren roten Tag mit Outflows, wenn es um den Bitcoin-Spot-ETF geht. Warum führen denn jetzt alle Wege in dieselbe Richtung? Naja, wenn ihr euch mal diesen Chart anschaut, wie geht man bankrott? Erst ist es allmählich und dann ganz plötzlich. Was ich euch hier also zeigen möchte, ist das Szenario der US-Zinszahlung. Das ist der Betrag, den die US-Regierung im Wesentlichen an Zinsen bezahlt. Die kumulierte Zinszahlung in diesem Jahr, die belaufen sich auf ungefähr 1,2 Billionen Dollar. Wenn wir mit den gleichen Zinssätzen weitermachen, dann werden wir im Jahr 2024 Zinszahlungen in Höhe von 1,6 Billionen Dollar sehen. Und Leute, 1,6 Billionen ist eine ganze Menge. Wenn wir nur eine Zinssenkung um oder sagen wir mal 1,5 Prozent an Zinssenkung sehen werden, dann würden wir immer noch 1,2 Billionen Dollar an Zinszahlung pro Jahr sehen. Also im Dezember 2024. Das sind absolut wahnsinnige Zahlen. Aber lasst uns das Ganze nochmal genau anschauen. Im Wesentlichen beträgt nämlich die Steigerungsrate 15x. Wir sehen unfassbar viel Geld, was alleine an Zinszahlung für die US-Regierung ausgegeben wird. Im dritten Quartal des Jahres 1999, damals hatten wir 304 Milliarden Dollar an Zinszahlung. Dann im Jahr 2021, da waren es immerhin schon 588 Milliarden Dollar an Zinszahlung. Und jetzt im zweiten Quartal 2023 hatten wir fast eine Billion Dollar an Zinszahlung. Schaut euch das mal an. Das geht hoch wie ein Hockeyschläger. Einfach direkt krass weit nach oben. Das ist der Grund, warum die Fed die Zinssätze eher früher als später senken muss. Das kann nicht so weitergehen. Die haben einfach zu viele Schulden. Die Fed befindet sich also in einer super schwierigen Lage. Ich weiß klar, die Fed ist in einer schwierigen Lage, weil sie natürlich noch die Inflation bekämpfen muss. Aber schaut euch das mal an. Die können nicht zulassen, dass der Zinssatz weiter so in die Höhe schießt. Oder vor allem die Zinszahlung in erster Linie. Das Ding ist nämlich, entweder wird die US-Regierung bankrott gehen. Oder es wird dazu führen, dass noch mehr Geld gedruckt wird. Was wiederum zu einer eher noch höheren Inflation führen wird. So oder so. Es ist also eine sehr unglaubliche Situation, in der wir uns gerade befinden. Was auch der Grund ist, warum Gold nach oben steigt. Und auch der Grund ist, warum ich denke, dass Bitcoin irgendwann steigen wird. Ja klar, kurzfristig kann alles passieren. Aber das ist der Grund, warum früher oder später jeder Weg in dieselbe Richtung führt. Und zwar zu höheren Bitcoin-Preisen. Meine Meinung, keine Finanzberatung. Zu guter Letzt, meine Trading-Strategien. Ihr wisst ja, ich bin immer zu 100% transparent mit euch. Und hier kann man sehen, ich bin mittlerweile wieder in einem Verlust auf OKEx und auf BitGeld. Und auf den anderen Plattformen, wo diese Trading-Strategien benutzt werden. Ich habe hier minus 12.000 Dollar. Aber Leute, ich bin schon mal hier gewesen. Ihr wisst, ich bin hier sogar schon mal bei minus 40.000 Dollar gewesen. Und ja, hey, meine Strategie ist immer noch die gleiche. Ich denke und ich bin mir sicher, dass es lediglich eine Frage der Zeit ist, bis wir wieder zum 68.500 Dollar Bereich kommen. Und dann wird meine Trading-Strategie wieder aktiv werden. Die Position wird abgebaut. Und ja, wir werden auf jeden Fall dann wieder Profite mitnehmen und einige Gewinne machen. Ich werde euch allerdings natürlich wie immer auf dem Laufenden halten. Ob ich Gewinne mache, Verluste mache, alles zu 100% transparent. Und im Wesentlichen war es das auch schon, was ich in diesem Video sagen wollte. Ich danke euch, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.